wo es aber so böse wo sind die bildschirm da ist ja oben ist relativ ekel was ein billiger da steht jetzt brauche ich erstmal ein pisten knopf den korts leppeler und neunstel stein und eine treptor wo haben wir die wo haben wir die ach da eine bunten treptor du blöder rät dort zu holz das ist so am lederbocker eigentlich müsste der früchte ernten so ach ja er hat natürlich die künstler stunde gleich genutzt na gut dann schmeißen wir hier noch mal ein rein jetzt kommt die ja nämlich damit an den kreis kommt ja sollte nämlich ein ding sind geht aber nicht weil die box von dem bisschen größer ist muss nämlich dahin deswegen kommt jetzt ein bisschen da oben dran mit dem button und da drückt er nämlich runter und dann kann er nämlich nicht mehr raus jetzt kommt ein bisschen dahin das ist so du du wettbewerb du wettbewerb du du wettbewerb Wettbewerb du du Äh, war das auf der Ebene? Ah, sag mal! Ah, jetzt, so, ne, das kann nicht sein, jetzt. So, mein guter Tag, jetzt kannst du nämlich mal weg da, so, so, genau, so müsste es sein. Die Treppe, den drückt hier etwas noch, ja, war dahinter, so dass da nicht da hinten vorne dran kommt, hundertprozentig. Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, jetzt müssen wir mal gucken, was er ja unten macht. Gut. Ich glaube, da wird nämlich nur rum. Und das ist nicht ganz so gut. So, und in der Zwischenzeit, machen wir hier auch mal, machen wir hier zu. Cool. Ahem. 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 So. Wenn es nicht alles da geht, dann machen wir es halt so. Ja. Huch. Zu viel weggekloppt. So. 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 Ach, ja. So. So, immer gut da. Was machst du hier? Ja. Flinnst du? Oder? Müssen wir ein Schwert nehmen. klar müssen schwert nehmen genau wenn wir brauchen einen rot den braun malig das müssen wir sehen bis mal jetzt der richtigen norma nicht das ist doch nicht die klein braucht man nicht so wie ihr seht ist auch schon fleißig dabei genau das zu machen was soll und wir nehmen uns jetzt mal ein richter gehen wir hier hoch so so okay na komm dachte ich mir das sollte ich eigentlich nicht so jetzt haben wir es okay so wenn jetzt alles richtig funktioniert dann sollte er das kaum darüber schmeißen aber das macht er erst wenn sein sein bekommen alles voll ist bei ihm seine tasche alles voll sind dann das meiste erst hier versuchte hier zu pflanzen und durch die druckblätter kommt das wieder raus deswegen muss da nicht genau auf dieser stelle sein und hier geht alles in die trichter rein so wie es soll eigentlich müsste die ist die jetzt fertig und davon erwarten uns noch mal zwei noch drei stück so wie ihr seid jetzt wäre ja pflanzen und ein theoretisch ja jetzt muss man es auch er würde ihm da oben was zu essen geben was aber hier nicht funktioniert und deswegen ja und wie ihr seht er ist die drückblätter gegangen dass die hier weiter raus geschmissen so würde ich sagen die funktioniert erst mal die form aber ich glaube ich habe jetzt ein bisschen in die verkehrte richtung gebracht das hätte eigentlich in die richtung gemusst naja ist egal und überall ist mister lichter ist der lichter werde glaubt bist du so hoch genug sein dass sie auch das kaum alles wachsen kann auch in den ecken ja nur dieser eine punkt da eben da da auf der lichtlevel muss null betragen wenn ich nämlich hier drüber gehe muss da die da rauskommen ausweiten ok ja hier oben das muss ich noch ein bisschen anpassen doch nur so ach ich lass den so und lege nur hier noch ein paar drüber genau liegt ja noch hier drüber und jetzt war steht auch hier diesen halb slap hier unten und runter den ich unten zuerst gesetzt habe denn hier auf diese ebene kommt schon wieder die nächste ebene drauf glaube ja kommt er jetzt eine ebene allerdings drauf ja normal ist so drauf oder passt das perfekte mal haben so glaube ich lasse ich ein bisschen so genau ja das könnte man die werte mit den völkern und morgen aber ach schweiß drauf so merken so ja so ich habe ja nicht vorher vier stück übereinander zu übereinander welche zu fahren da war ja was das auch soweit wirklich noch nicht klar so ja so ja komm 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 Vielen Dank.